Ja, der deutsche Sonderweg in Sachen Energie. Und übrigens, falls Sie zu Hause auch Schwierigkeiten haben, unsere Strategie da im Detail zu verstehen, empfehle ich Ihnen ganz dringend einen Besuch im schönen Brunsbüttel. German Energiewende in a nutshell. Hier hinter mir auf dem Gelände, da soll dann das feste, dauerhafte LNG-Terminal entstehen. Da liegt aber gerade noch jede Menge Kohle, die auch verstrumpft wird, unter einem Windrad, gleich neben einem stillgelegten Atomkraftwerk und einem Zwischenlager für Atomabfälle,